Erbarme! Zu spät! Die Hesse komme, beziehungsweise die Hessen sind doch schon längst hier, hier auf den Kirchentag in Dortmund. Der ist heute gestartet und heute Abend gibt es jetzt den Abend der Begegnung und da macht auch Frankfurt mit. Und wir sind hier gerade quasi auf dem Frankfurtplatz. Hier stellt sich Frankfurt vor, denn der nächste ökumenische Kirchentag ist 2021. Fabian, du hast ja eben schon deinen Auftritt hier am Stand. Jetzt sind wir hier in Dortmund. Worauf freust du dich jetzt noch die nächsten Tage? Naja, erstmal hier feiern wir natürlich schon mitten in Dortmund, dass es in zwei Jahren ökumenischen Kirchentag in Frankfurt gibt. Hier freue ich mich, ich habe ganz viele Konzerte, volles Programm, aber freue mich drauf. Jetzt bist du schon ein bisschen in Frankfurt gewesen, eben bleiben wir nochmal bei Dortmund. Warum sollte ich denn hier die nächsten Tage hinkommen? Was ist denn hier besonders? Hier sind Menschen, die zusammen feiern, die zusammen nachdenken, vor allem fragen, wie sieht eigentlich eine Welt und eine Kirche in der Zukunft aus? Eine, die Menschen Lust macht, über das Leben nachzudenken, nach dem Sinn des Lebens zu fragen und auch zu gucken, gibt es einfach möglicherweise doch mehr, als man einfach nur mit den Sinnen erfassen kann. Und lohnt es sich darüber, sich Gedanken zu machen? Vielen Dank.